Die Krosse Krabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Pizza, 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 pizza. Pizza, 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 pizza. Krosse Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Ich habe Pizza für dich. Du hast eine kostige, krabbige Pizza im Auge. Spongebiet, wir müssen was essen. Ich habe gehört, wenn es hart auf hart kommt, essen die Pioniere Korallen. Oder waren es doch keine Korallen? Vielleicht war es ja auch Sand oder Dreck. Gib mir die Pizza! Warte, jetzt weiß ich es wieder, es sind Korallen. Gib mir die Pizza! Nein, wir haben der Kundschaft Treue geschworen. Du hast recht, die Kundschaft geht vor. Ja. Vielleicht sehen wir ja besser mal nach, ob sie noch in Ordnung ist. Na ja. Nur mal spicken. Okay, alles gut. Oh nein, ich glaube, ich habe was gesehen. Oh nein, ich habe mich geirrt. Die sieht gut aus. Wirklich ein Bild von einer Pizza. Ja. Was ist das? Ist das der Käse? Oh ja. Und die Peperoni. Oh ja. Sieht doch lecker aus. Moment mal, ich weiß genau, was du vorhast, Tadeus. Ich lasse nicht zu, dass du die Pizza isst. Gib mir die Pizza! Nein! Zwing mich nicht, sie dir wegzunehmen. Vergiss es! Komm sofort zurück, Spongebob! Gib mir die Pizza! Nein! Spongebob! Nein! Bleib stehen! Nein! Martin! Nein! Nein! Ich will diese Pizza. Du wirst sie mir jetzt geben! So oder so! Sieh nur, wir sind gerettet. Sicher sind wir gerettet. Jetzt gib mir die Pizza! Nein, ernsthaft hat er uns. Wir sind gerettet. Gerettet! 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 Geh sofort auf damit! Gerettet! 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 Wir sind gerettet! Das ist doch bloß so ein blöder Brocken. Das ist eben nicht bloß ein Brocken. Das ist ein Fels. Ein Fels. Ein Fels. Das ist ein großer, wunderbarer, alter Felsen. Ach, die Pioniere sind meilenweit auf den Dingern geritten. Und jetzt noch prima in Schuss. SpongeBob, hör endlich mit diesen Pionieren auf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die gar nicht mehr unter uns sind? Und zwar deshalb, weil sie lausig schlechte Tramper, Korallenfresser und Moosanbeter waren. Und du willst mir tatsächlich auch noch erzählen, dass sie auf Felsen reiten? Warte auf mich, mein Pionier.